Hallo ihr Impostorinos, herzlich willkommen zu einer kurzen Ankündigung. Heute Abend, 29.10.2020, ab 18 Uhr, vielleicht auch ein bisschen später, weil ich versuche möglichst pünktlich online zu gehen, gibt es einen weiteren Among Us Livestream. Wir werden live an dieser Map weiterbauen. Wenn ihr Zeit und Lust habt, freue ich mich sehr herzlich, wenn ihr dazu kommt. Einfach auf Twitch könnt ihr da diesen Link anklicken, den ihr in der Videobeschreibung findet, an die von euch, die Twitch nicht kennen. Jedes Mal muss ich es erklären, aber ist nicht schlimm. Es gibt ja bestimmt einige von euch, die das noch nie gemacht haben oder noch nie beim Livestream dabei waren. Eigentlich müsst ihr nur den Link öffnen, also auf das twitch.tv-thegeocraft-live klicken. Heute Abend ab 18 Uhr seht ihr dann dort den Livestream. Ihr müsst euch nicht anmelden, ihr müsst auch kein Geld oder so bezahlen. Das sind erstmal kostenlose Livestreams, die ihr so gucken könnt. Twitch ist halt eine etablierte Plattform für Livestreams. Leute, aber das Video mache ich ja nicht ohne Grund, nicht nur um euch anzukündigen, sondern ich brauche eure Hilfe. Und zwar in Vorbereitung zu dem Livestream heute Abend. Ich möchte heute Abend versuchen, mich mit den Vents zu beschäftigen. Das heißt, ich möchte mal überlegen, wie man die Vents umsetzen kann. Wenn ihr Ideen habt, ich habe zwar auch schon eine Idee, aber wenn ihr Ideen habt, wie man die Vents hier in Minecraft bauen könnte. Und zwar unter den Minecraft-Regeln. Dann schreibt die gerne in die Kommentare. Ich habe eine Idee, die verrate ich euch allerdings jetzt nicht, weil ich keine Lust habe, euch ja, wie nennt sich das, dass jetzt jeder von euch das Gleiche schreibt. Ich bin einfach mal gespannt, was ihr für Ideen habt. Und mal gucken, ob wir die Vents nochmal anders umsetzen können. Ja, meine Idee, ich sage nichts dazu. Werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Und noch eine Sache könnt ihr mithelfen. Und zwar, der Imposter soll ja hier Sachen sabotieren können. Der wird den Reaktor sabotieren können. Der wird O2 sabotieren können. Der wird Communications sabotieren können. Und der wird Electrical sabotieren können. Aber die Frage ist, soll der Imposter noch irgendwelche anderen Fähigkeiten erhalten, die das Spiel nochmal interessanter gestalten? Eine sehr gute Frage. An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich für's Zuschauen. Freue mich, heute Abend euch im Livestream wiederzusehen. Und ja, das wird bestimmt eine weitere interessante Partie. Und wir nähern uns immer mehr dem finalen Finale von Among Us in Minecraft. Kurz, damit ich es mal gesagt habe, ich plane, wenn das Spiel fertig ist, es erstmal mit meinen YouTube-Kollegen zu spielen. Auf Twitch und so. Und die Map, die wird es dann wahrscheinlich als kleines Weihnachtsgeschenk für alle zum Download geben. Kostenlos. Juhu. Nice, oder? Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Und ciao, Leute.